Wie komm ich denn dann an diesen verflickten schl... an diesen dämlichen schlüssel ran? Warum hab ich das eben ausgeschaltet? Fack, schon wieder. Ah, noch ein Sperrgebiet. Ist mein Geld klar? Bääääääähäähäähäähä! Oder so? das schwein was denn hallo komm ich da nicht rein er fährt, fläht ihr doch oder er fährt ist das ding zu weit weg, okay aber kannst du ja nicht ne es gibt berichte über einen ausgelösten alarm in ihrer nähe erbitten anweisung okay okay ich weiß ja auch gerade alles um ups hmm das ist halt echt die frage hoch das ist nur in der kiel schicken schicken ouch ouch das ist auch so merkwürdig flieg hier rum Aber man wird nicht bemerkt, ne? Oh. Klar muss ich das Ding hacken, das weiß ich. So, der Zugangsschüssel nur hier führ, ne? Hm. Okay, nur mit dem Fahrzeug, okay. Warte mal. Okay, ich glaube ich musste das mit dem hier machen. Nee, das ist da oben. Komm, geh raus da. Na komm, geh raus. Oh nein, das gibt's nicht. Geh weg da, komm mal. Ich geb's auf. Zum Glück ist hier auch grad keiner mehr drin. Ich verschwinde voll viel Zeit hier drin grad. Meine Güte. Hm. Kriegt die natürlich nicht mit. Läuft bei dir. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Das war doch nicht, ja? Ich hätte diesen dämlichen Schlüssel dafür. Was ist denn die blöde Kuh? Jetzt muss ich jetzt mal warten, bis der wieder heil ist. Wo ist denn dann noch ein Schlüssel? Die Einsatzleitung, wir erhalten Meldungen zu einem ausgelösten Alarmer am angegebenen Standort. Kommero. Nehmen Sie auf, bla 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 bla. Okay, gut, dass das nicht funktioniert hat jetzt. Hm, na ja. Es gibt Berichte über einen ausgelösten Alarm in Ihrer Nähe. Erbitten Anweisung. Ah, 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 ah. Dieser Scheiß Kopfhörer. Okay. Wir finden Sie ja doch. Was zum? Ich weiß, dass du mich hörst. Hier ist nichts. Ah! Hier ist nichts. Hab ich verloren. Okay. Die ist ausgeschaltet. Na komm, geh rein da. Geh hin da. Hallo? Einen Moment! Shit. Ja, warum rennt die da nicht rein? Alarm aktiviert. Position gesendet. Brauchen einen 1013. Notruf. Was ist passiert? Gar nichts. Es ist gar nichts passiert. Hm. Was ist eigentlich bei Forschung drin? Ich guck einmal ganz kurz. Noch einen Punkt, ne? Ah. Was ist das? Und das? Was ist denn allein? Fürbesser deine Hackingleistung. Okay, das ist Mobgraden. Wir haben viel zu viele... Ne, wir haben fünf Punkte noch. Okay. Treffsicherheit. Ja. Ja. Er ist uns entwischt. Haha. Tja. Ich probier's gleich nochmal so. Mann. Irgendwann zwischendurch viel zu konzentriert da drauf. So. Auf ein neues. Auf ein neues. Auf ein neues. Ja. ument. Ja. Dreh dich um. wirklich schön. Jetzt ist es freigeschaltet. Ich hab die Maske. Pass gut auf das Ding auf. Okay, ich hab was falsch gemacht glaub ich grad, ne? Weiß das eigentlich, wenn ich mit der in der Nähe bin? Nein. Wieder rüber. Warum komm ich da nicht rüber? Ah. Code 3, einhalten in der Nähe. Fahren Sie zum Ort des Alarms. Notruf. Was ist der Grund Ihres Anrufs? Wenn keine Ahnung ist. Er ist weg. Gebt die Fahndung raus. Ausschwärmen und suchen. Gebt die Fahndung raus. Gebt die Fahndung raus. Na komm. Okay, ich muss hier raus. Aber ich drück auch immer gerne falsch. Warum auch immer. Hm. Ich glaub da kam die Polizei grad, ne? Okay. Boy. Das hat aber auch lange gedauert. Okay. Schwermt aus. So. Schicken Position eines 1033. Anweisungen folgen. Notruf. Was ist passiert? Niemand wurde verletzt. Oh. Okay. Geht doch. Mann. Ich bring dir dein Zeug zurück. Mann, oh Mann, oh Mann. Was? Das war halt echt. Dumm. Das war richtig dumm. Hätte auch einfacher gehen können. Okay. Okay. Ja. Besser. Man merkt, dass ich das lange nicht mehr gemacht hab, ne? Weil dieses. Wow, wow. Okay. Ich will das da haben. Womit ich noch besser fahren kann. Nicht. Glaub ich. Weee. Okay. Na ja, egal. Mach mir mal was. Wow. Ich hätte mich jetzt schon längst gesehen, dass ich irgendwo gegenfahre, aber richtig. Volle krass. kann. Ausnahmsweise nicht. Na gut. Määä. Das war ich nicht. Er ist oben. Ich glaub ich komm da hoch, ne? Oder wo lang geht das da? Nach oben. Boah. Was für ne Katastrophe, ey. Ist er noch höher? Klar ist er noch höher. Sag nicht, er ist oben auf dem Dach drauf. Ja, so zu sagen. Alles klar. Tut mir leid, dass du da durch musstest, Mann. Dieser ganze Scheiß, den Duschan erzählt hat. Ich würde dich nie verraten. Er will uns bloß auseinander bringen. Das werde ich nicht zulassen. Hör zu, er hat das FBI auf der Kurzweiltaste und wird uns echt zusetzen. Also brauche ich euch alle. Wir schaffen das nur alle zusammen. Das sind wir. Danke, Markus. Das FBI hat Hacker gezwungen, sie mit Hacking-Software für ihre eigenen Zwecke zu versorgen. Mit dieser Software umgeht das FBI das Rechtssystem und erhält ohne Aufsicht oder Kontrolle Zugang zu euren privaten Daten. Das FBI hat ein DedSec-Mitglied rechtswidrig festgehalten, um uns zu zwingen, auch für sie zu arbeiten. An das FBI. Dies ist kein Polizeistaat. Ihr seid keine Geheimpolizei und unsere Verfassung existiert nicht nur zum Spaß. Wir haben euren Plan, Hacker zu erpressen, entlarvt. DedSec beobachtet euch weiterhin. Zum Wohle jedes einzelnen, freien Bürgers. DedSec hat euch die Wahrheit gesagt. Tut was ihr wollt! Und jetzt? Warten wir auf die nächste Nachricht. Das ist nicht nur für die Nachricht. Das ist nicht nur für die Nachricht. Also kann euch das Nachricht nicht nur für die Nachricht nicht nur für die Nachricht machen. Vielen Dank.